In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die BYD Battery Box Premium an den Costal Pico MP Plus und den Costal Smart Energy Meter anschließen. Bitte beachten Sie die Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung. Installieren Sie bitte zunächst den Pico MP Plus und den Costal Smart Energy Meter. Hierzu finden Sie Informationen in den jeweiligen Installationsanleitungen oder in unseren Erklärvideos. Außerdem benötigen Sie den Freischaltcode für die Batteriefunktion des Smart Energy Meters. Diesen können Sie im Webshop der Costal Solar Electric erwerben. Hinweis! Es ist zwingend erforderlich, dass der Smart Energy Meter am Netzanschlusspunkt Position 2 eingebaut ist. Die Einbauposition des Costal Smart Energy Meter ist bei aktiviertem Batterieeingang im Pico MP Plus fest auf den Netzanschlusspunkt eingestellt und kann nicht verändert werden. Während der Montage benötigen Sie Schutzleiterkabel und einen passenden Kabelschuh, eine Netzwerkleitung für die Kommunikationsverbindung zwischen dem Costal Smart Energy Meter und der Batterie, PV-Kabel für den DC-Anschluss und ein SunClix-Steckerpärchen aus dem Zubehör des Wechselrichters sowie optional ein Netzwerkkabel für den Anschluss der Batterie an das Internet. Bevor Sie beginnen, schalten Sie bereits in Betrieb befindliche Komponenten Ihrer PV-Anlage ab. Prüfen Sie nun die Kommunikationsverbindung zwischen dem Smart Energy Meter und dem Pico MP Plus. Wenn Sie die beiden Geräte schon seit einiger Zeit zusammen betreiben und die Batterie erst jetzt nachrüsten, müssen Sie am Smart Energy Meter die Belegung des RS485-Steckers B wie dargestellt ändern. Wechseln Sie bitte außerdem am Pico MP Plus von Anschluss COM 2 auf COM 1. Bei vollständiger Neuinstallation beginnen Sie direkt mit der neuen PIN-Belegung und schließen Sie den Smart Energy Meter an COM 1 an. Hinweis! Deaktivieren Sie den Costal Smart Energy Meter im Wechselrichter, falls dieser aktiviert war. Installieren Sie das Batteriesystem bitte gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Bitte beachten Sie dabei, dass die Länge der Leitungen zwischen Costal Smart Energy Meter, Batterie und Pico MP Plus jeweils 15 Meter nicht überschreiten darf. Richten Sie zunächst die Grundplatte aus und stellen Sie die einzelnen Batteriemodule aufeinander. Enden Sie mit dem Management-Modul BCU. Schrauben Sie die Module untereinander und an der Wand fest. Führen Sie nun die Anschlusskabel durch die vorgesehenen Kabelverschraubungen der Klemmraumabdeckung des Management-Moduls. Verbinden Sie als erstes den PE-Anschluss der Batterie mit der Potenzialausgleichsschiene. Hinweis! Diese Verbindung muss zwingend vorgenommen werden. Zwischen PE-Anschluss des Pico MP Plus und der Batterie darf es keinen Potenzialunterschied geben. Achten Sie bitte besonders auf eine IMV-gerechte Installation und Verlegung aller Kabel. Schließen Sie nun die Kommunikationsleitung zum Costal Smart Energy Meter an den Klemmstecker der Batterie an. Alternativ können Sie auch die RJ45-Buchse nutzen. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem RS485-Anschluss A des Smart Energy Meters. Hinweis! Wir empfehlen die Verwendung eines Netzwerkkabels der Kategorie 5E oder besser. Achten Sie bitte darauf, dass der obere und untere DIP-Schalter auf Position ON links und der mittlere Schalter auf Position OFF rechts steht. Verbinden Sie Ihr Batteriesystem mit dem Internet. In diesem Fall sendet das System seine Betriebsdaten an den Hersteller, sodass dieser bei Problemen schnellen Support ermöglichen kann. Außerdem können verfügbare Software-Updates heruntergeladen werden. Verbinden Sie dazu den Anschluss mit der Bezeichnung Ethernet mit Ihrem Router oder Switch. Stellen Sie nun die DC-Verbindung her. Für den Anschluss am Pico MP Plus nutzen Sie bitte die beiliegenden SunClicks-Pärchen. Montieren Sie nun die Abdeckung des Anschlussraumes und ziehen Sie die Kabelverschraubungen fest. Das System ist nun zur Inbetriebnahme bereit. Schalten Sie nun zuerst das Batteriesystem mit den Sicherungen an der rechten Gehäuse-Seite ein. Das System beginnt mit der Initialisierung. Nun müssen Sie Ihr Batteriesystem konfigurieren. Dies ist nur über Smartphone oder Tablet möglich. Laden Sie die App BeConnect aus dem Play Store oder dem App Store. Verbinden Sie sich mit dem integrierten Access Point der Batterie und starten die App. Diese fragt zunächst nach einem Software-Update und begleitet Sie anschließend bei der notwendigen Konfiguration. Wählen Sie bitte als Inverter Kostal aus, danach das Batteriemodell HVS oder HVM und die Modulanzahl. Wählen Sie On Grid und Single Phase und bestätigen Sie die Einstellungen. Schalten Sie das Batteriesystem zunächst wieder aus. Drücken Sie dazu für mindestens 6 Sekunden die Power-Taste an der Vorderseite. Standardmäßig sind die DC-Anschlüsse des Pico MP Plus als PV-Eingänge konfiguriert. Daher muss der DC-Eingang auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Dazu schalten Sie zunächst die AC-Versorgung wieder ein. Gehen Sie ins Hauptmenü des Wechselrichters und wechseln Sie mit den Pfeiltasten auf Einstellungen und dann auf Service. Drücken Sie hier beide Pfeiltasten gleichzeitig für ein paar Sekunden. So öffnet sich das Service-Menü. Nun können Sie unter dem Menüpunkt Eingänge den DC-Eingang auf Batteriebetrieb umschalten. Verlassen Sie das Menü über die Taste Escape. Der DC-Eingang ist damit auf Batteriebetrieb umgestellt. Nachdem Sie die Konfiguration bestätigt haben, zeigt das Display eine fehlerhafte Kommunikation zum Smart Energy Meter an. Das ist nachvollziehbar, denn die Batteriefunktionalität muss erst im Smart Energy Meter konfiguriert werden. Schalten Sie jetzt das Batteriesystem mit den Sicherungen an der rechten Seite ein. Das System beginnt mit der Initialisierung. Öffnen Sie nun den Web-Server des COSTAL Smart Energy Meters. Hierzu können Sie in Ihrem PC über den Dateiexplorer unter Geräte den dort erscheinenden Smart Energy Meter aufrufen. Rufen Sie zuerst den Menüpunkt Modbus-Einstellungen auf und deaktivieren Sie beide Modbus-Ports. Speichern Sie die Einstellungen ab. Gehen Sie im Wechselrichter-Menü zum Punkt Aktivierungscode und geben Sie Ihren erworbenen 10-stelligen Batterie-Code ein. Im Anschluss erscheint unter Freigeschaltete Zusatzoptionen das Feld Batteriemanagement. Fügen Sie im Bereich Geräte Ihren Pico MP Plus als neues Gerät hinzu, wenn das nicht bereits zuvor geschehen ist. Konfigurieren Sie nun die Einstellungen wie folgt. Wählen Sie den Wechselrichter-Typ Pico MP Plus und als serielle Schnittstelle die RS485B. Für die maximale Ausgangsleistung wird der Wert des Pico MP Plus eingestellt. Aktivieren Sie die Batterieunterstützung. Als serielle Schnittstelle der Batterie wählen Sie RS485A. Auf Wunsch können Sie die Entladungstiefe ändern. Der Wert ist auf 5% voreingestellt. Beim Punkt Erweitert wird standardmäßig die 1 als RS485-Adresse verwendet. Unter Statusübersicht sehen Sie nun alle Werte der Batterie inklusive des Ladezustandes. Im Menü Geräte wird Ihr Wechselrichter und die Batterie angezeigt. Stellen Sie zum Schluss den DC-Trennschalter Ihres Pico MP Plus auf Position ein. Der Wechselrichter schaltet sich nun auf das Netz auf und ist startklar für die Batterienutzung. Wenn Sie eine korrekte Darstellung der Ertrags-, Verbrauchs- und Batteriedaten wünschen, muss im Pico MP Plus und im Costal Smart Energy Meter der Versand der Betriebsdaten aktiviert werden. Ordnen Sie dafür im Solarportal beide Geräte derselben Anlage zu. Navigieren Sie im Hauptmenü des Pico MP Plus mit der Pfeiltaste auf Einstellungen, dann auf Netzwerk und anschließend auf Webportal. Aktivieren Sie Einrichten, um den Datenversand zu bestätigen. Über den Menüpunkt Verbindungstest können Sie prüfen, ob die Kommunikation mit dem Solarportal besteht. Im Costal Smart Energy Meter aktivieren Sie den Datenexport im Menü Wechselrichter unter dem Punkt Solarportal. Vergessen Sie nicht, die Einstellung zu speichern. Bitte beachten Sie auch die Costal Erklärvideos zur Einrichtung des Solarportals und des Web-Servers unseres Smart Energy Mieters.